Herzlich Willkommen beim 0,5er. Heute spritzen wir Mädels ab. Bekommt ihr ja auch was ab die ganze Zeit? Ja, Wasser. Gießt mit Blumen oder was? Spritzt du uns ab? Hm? Spritzt du uns ab? Mit Wasser? Nee, wieso? Aber hey, das ist eben die Wasser-Richtung gekommen, oder? Wovon redet ihr? Von Wasserspringen. Wir wollen jetzt selber mit Wasser lassen. Ich weiß nicht, vielleicht fängt es an zu regnen, aber... Ja, bestimmt. Sieht jetzt nicht danach aus. Äh, du bist das! Schau mal, gerade eine versteckte Kamera. Das ist hier nur so eine Zweckkamera. Oh mein Gott! Das ist hier nur so eine Scheuer-Tung. Musik 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 Musik